Ludger meinte, es war alles in Ordnung, sehr gut sogar. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so zügig unterwegs bin mit ihm, weil Zeitspringen ist nicht gerade unsere Paralleldisziplin. Von daher hat es eigentlich gut geklappt. Das Schnellreiten war sehr gut. Der Fehler war ein bisschen das Resultat dafür, dass ich ein bisschen zu viel Risiko genommen habe und ihn doch selbst nach dem Wasser graben mit ein wenig und dann nochmal ein wenig auf den Ochser. Und dann habe ich ziemlich scharf die Kurve geritten und dann sind wir ein bisschen über den inneren Schenkel nach innen geflogen und dann war ich zu dicht. Und ja, dann kam der Fehler. Aber das ist halt, wenn du ein bisschen Risiko nimmst, dann passiert das. Wenn ich ein bisschen weiter aushol, dann wäre das sicherlich nicht passiert, aber gut, so ist das. Vielen Dank. Vielen Dank.